Aufgesprühte Wolken, die das noch leugnen, wird der Vater im Himmel durch Jeschua in den Feuersee werfen. Und die uns weismachen wollen, dass das normal ist. Und sie belügen und betrügen unsere Kinder. Und das geht überhaupt nicht. Macht euch bereit für die Hölle. All jene, die das tun und all jene, die das unterstützen. Amen.